Oh, ich wurde ganz vorne gespawnt, ne? Ist dir das bewusst, Eva? Du antwortest mir nicht. Sekunde. Wow, das sieht ja mega gut aus. Ich mach grad so einen schnellen Spawn zu dir. Halt, bleib stehen! Sonst muss ich so mega lang laufen. Bin ich. So. Wo bist du? Hector. Atta... Ne. Oh, bin ich. Yep. Je, je, je. Komm. Je, je, je. Wohin willst du? Zu dieser Side-Mission? Yo. Die beste Ausrüstung für die Straße. Nur hier, für dich böse. Attacke. Das ist nur der gleiche Scheiß drin, den ich hinten gelassen hab. So. Ach so, ich hab da gar nicht reingepackt. Da ist ne Schrotflinte drinnen gewesen. Boah, guck mal, wie es schneit. Mega, oder? Ich find, das hat was. Komm, wir töten den Michelle Mason. Hast du Bock? Jo. Jo? Ja. Boah, der Schnee sieht mega gut aus. Die haben echt einzelne Schneeflocken als Darstellung für Schnee genommen, weißt du? Die, die du nur unter dem Mikroskop siehst, weißt du, was ich mein? Hm. War trotzdem cool, cool, cool gemacht. Ah, guck mal, hier direkt in der Nähe ist... So, komm, wir gehen da hin. Okay. Viel näher. Daten ist gehand. Lade Dateien. Wir müssen an Heather laufen. Ich will keine Ressourcen abzweigen, aber wenn jemand über eine Musikerin namens Heather Lau stolpern sollte, würde ich mich freuen, wenn er die zurück zur Basis bringen würde. Erste Hilfe. Oder sagen sie mir wenigstens, wo sie sie gefunden haben. Ja, warte, dann mach ich Puls. Oder ist das einfach nur ne Erweiterung davon? Ne, gell? Ne. Ne. Mach ich Puls. Warte, in 3, 2, 1, den muss ich jetzt erstmal laden. Ich glaube, wir müssen hier in dem Bereich bleiben, oder? Achso. Ja, die ist da irgendwo in dem Bereich, aber da vorne kommt man nicht außen rum. Ah, guck mal, da hinten ist ein riesengroßes Fett... Äh... ...ins Glas gewesen. Eine Lupe. Ich weiß nicht, was abgeht. Was ist passiert? Michelle Schmidt, aktueller Status, verstorben, Berufslehrerin, Leichnam wartet auf Beisetzung. Oh, ich merke für Stäbchen nicht mal. Das ist ja cool. Los. Da sind ja Perry, unbekannt, Sekretärin. Wie da ist das? Händerlau. Nein, da können sie nicht lang. Der Laden direkt über die Straße steht in Flammen. Das ist zu gefährlich. Mist, ich hab Fays Funkgerät zu Hause vergessen. Faye sagte, ich soll mich da täglich melden. Und die besorgte Faye ist der total wütenden Faye sehr ähnlich. Hm. Mhm. Besorgte Faye, die wütende Faye. Was stimmt denn hier nicht? Geht ihr jetzt einfach nur hier rum? Ja, warte. Da hinten ist ein Punkt angezeigt. Nee, kann man nicht durch. Und? Hat der Punkt was zu sagen? Sind sie in den Eingang der Dark Zone? Naja, irgendwie müssen wir da hin. Ich glaub mal nicht, dass das zu der Mission... Nee, nee, also bei mir nicht. Bei mir steht, äh... I think person. Okay. Ich folge dir. Wenn du vorher alle Nebenmissionen machst, dann hast du... Wenn du die Hauptmission machst, mä... Äh... EP und hast bessere Waffen und sowas, bist ein höheres Level. Das ist immer cooler, find ich. Mhm. Du musst dich halt selber irgendwie. Sorry, ich bin nur... Echt überrascht. Haha. Hat der was gegeben? Ich jetzt irgendwas? Pots. Okay. Ah, bei Options hat er irgendwas. Mach mal die Türen zu. Ey, hier ist wieder eine Leiter. Was haben sie eigentlich vor? Ach, ich glaub, wir waren hier. Boah, geht dich gar nicht an, was wir vorhaben. Wir waren hier schon. Oh, ich werd geblendet. Wir waren schon so... Boah, voll megablend, ey. Ja, dann lass wieder runter. Tschö. Ist mal die ganzen... Voll am verrecken. Dark Zone. Finden wir die Dark Zone? Eine Taube. Ich will keinen Streit. Oh, oh, oh. Ratten. Ich schau wieder auf irgendwie... Ratten. Ratten. Ach so, ich hab grad gedacht. Hinten links ist einer. Mhm. Komm, ja. Blup. Ich dachte, hier wär ein Weg. Wenn du das machst, dann machst du nur... Dann heilst du mich, du Held. Nein, ich hab... Da müsste ich L1 drücken. Was hast du denn gemacht? L1 ist die... Ist das Heilen, das andere ist Puls. Und Puls ist ja dazu, wenn ich... Ich hab doch... Ich hab doch extra das Dingens geholt, weil ich gedacht hab, du hast... Ja, aber Puls muss ich nehmen, damit ich das andere nehmen kann. Nein, musst du nicht. Muss ich nicht? Ich guck mich gleich mal. Fuck. Ich muss nachladen. Oder auch nicht. Schau dir auf deinen Maul. Bam. Auf deinen Maul. Boah, kann man hier reingehen? Ja, hier kann man reingehen. Gehen da auch rein, würde ich mal behaupten, oder? Ja. Alles nachladen, weil das... Das Nachladen dauert so ewig lang, gell? Kann das sein? Rucksack. Open. Wow, du hast schon wieder das gefunden. Guck mal, jetzt müsste hier was liegen. Komm mal her, komm mal her, komm mal her. Ja, ich komme. Ja. Guck mal, hier liegt jetzt was, oder? Ja. Dann heige ich mich selber und kann es nehmen. Plupp. Okay, dann ist echt alles doppelt. Ja, geil. Brauchen wir uns gar keinen Krop machen. Geht's hier? Da war ich schon, da gibt's nichts. Okay, jemand markiert, da oben. Da. Supermarket. Oben. Da war irgendwo ein Dach oder so. Au. Au. So, wo ist denn unsere Heather Lau? Ach, da hinten. Kommst du mit? Oder lieber nicht? Ach so, ja. Ich folge dir. Ja. Ja. Ich folge dir. Boah, war festlich hier. Auch gedacht, schön, weihnachtlich. Wollen wir die töten? Wo? Ja. Ist da drüben? Ja klar, wieso nicht? Machen? Jo. Oh Gott, irgendwo kommt hier was hingeflüttet. Ah, naate. Scheiße. Wow, 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 wow. Ich bin am Feuer. Ich bin am Feuer. Ich bin am Feuer. Boah, ach du Kacke. Ach, die Fresse hier ist so ein Wichser. Oh Gott, der liegt ja noch. Oh Gott. Der ist voll... Gott, 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 Gott. Das ist so ein Hypertyp. Ah. Wie schmeckt dir das? Gar nicht gut, Mann. Gar nicht gut. Du hast schon? Warte, warte, renn nicht dahin. Ich hab irgendwas geworfen. Ach, da hinten. Was er überhaupt nicht getroffen hat. Nee. War sie grün eingesammelt? Ja. Ich will erst mal gucken. Äh. Plupp. Inventar. Nee. Waffe wechseln. Nachladen. So. So. Oh, echt mega lang zum Nachladen, gell? Hm. Okay. Immer wieder Herr Alau suchen. Fuck. Hm. Auf geht's. Ja. Nimmst du eigentlich immer noch Auflege? Doch. Oh, ich hab jemanden gehört. Ja. Wow. Wow. Au. 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 What the f- What the f- Ich stehe auf den Scheiß. Ich merke. Weihnachtsbaum, Weihnachtsbaum, Weihnachts-Weihnachts-Weihnachtsbaum, Weihnachtsbaum. Enten ist irgendwo eine Munitions-Zeit. Ah, da. Search. So. Hier liegt noch irgendwas? Hier? Ganz anders, ja. Wohin? Kann man hier rein? Nein. Nein! Wir müssen auf die andere Seite! Scheiße! On the other side! Ah! Hello from the other side! Ja, ich merke. Suchen Sie jemanden? Was soll ich denn suchen? Was kommt denn nicht mit dir? Ah, eine Bahn. Ich habe aber jemanden gehört, der rumpullt. Egal. Wir müssen auf die andere Seite. Dieser kommst du rutschen! Komm, wir gehen 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 rutschen! Ich glaube, ich passe da nicht rein. Geht nicht. Voll doof. Ah, wollen wir mit der Bahn fahren? Mit einer Bahn fahren? Oh, ich will auch! So! Hör doch, ein Rumpföbeln! Was? Bist am Rumpföbeln? Ja. Niemand will hier ärgern! Ah, Tato! So, wohin? Was soll das hier? Halt die Fresse! Was soll das hier? Helft dir! Du Wichser! Ne 100 Meter! 80! 100! Oh mein Gott! Oh, ich hör jetzt schon wieder rumgeknalle! Oh, oh, oh! Von hier drüben, oder? Abgeschossen, du Wichser! Da hinten, ja! Einen Gegner gefunden, aber auf der rechten Seite! Oh, okay! Ach, hey! Ach, hey! Bräuche! Beschuss durch leichte Wassen! Unter Beschuss! Schünderer haben uns im Visier! Vedatoren! Hört ihr uns? Bitte komm! Signalfolgung! Analyse beendet! Lade Koordinaten hoch! Untertitelung des ZDF, 2020